Hey! Nein! Und, du? Warum du das nicht? Na, okay! Wofür? J- 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 ... J- 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 Das würde im normalen Spaziergang nicht passieren, dass sie so einem anderen Hund vorbeigeht. Ja, das merkt man jetzt auf Spaziergängen auch schon immer mehr. Ja, fein! Ja, da bist du ja schon. Ja, da hast du toll gemacht. Da braucht es wieder keinen Ruck mehr. Die Nase ging schon auf dem Boden und es war nicht auszuhalten, hast du wahrscheinlich gehört.